Humorvolle Zeichnungen, heimatliche Landschaften, aber auch düstere Zeichnungen, die durch den Krieg geprägt waren. Das Werk von Adolf Hengeler ist sehr vielfältig. Dennoch ist sein einzigartiger Stil in allen Phasen erkennbar. Der Kempner Künstler kam als siebtes von acht Kindern im Februar 1863 zur Welt. Seinen 150. Geburtstag feiert das Allgäu-Museum mit einer großen Ausstellung im Kornhaus. Adolf Hengeler hat ein ungeheuer facettenreiches Werk geschaffen in seinem gut 60 Jahre, während dem Leben 40 Jahre hat er als Künstler gewirkt. Er hat Bildgeschichten gemacht, lustige Geschichten. Dafür ist er berühmt geworden. Er hat aber auch gemalt sehr feinsinnige Landschaftsbilder, Bergbilder, Bilder vom Meer und natürlich auch Figurenbilder. Und zum Ende seines Lebens hat er seine Fantasien geschaffen. Das sind sehr weiche, sehr hintersinnige, sehr geheimnisvolle Zeichnungen. Die verschiedenen Phasen sind auch in der Ausstellung wiederzuerkennen. Durch den chronologischen Aufbau können Besucher die künstlerische Entwicklung von Adolf Hengeler mitverfolgen. Adolf Hengeler ist ein echter Kempner. Er ist in der Stiftstadt aufgewachsen, war dort, bis er 18 Jahre alt wurde, erst in die Schule gegangen. Er war bekannt als Lausbub, von dem viele Streich überliefert worden sind. Und er hat im Kirchenchor gesungen. Seine Mutter hatte ein Geschäft. Also er hatte sehr viele Kontakte als Jugendlicher. Und er hat natürlich Allgäuer Dialekt gesprochen. Und als er Kunstprofessor war, hat er immer dann, wenn es ernst worden ist, wenn er seinen Studenten wirklich was Wichtiges gesagt hat, dann hat er das wieder in Allgäuer oder Kempner Dialekt gesagt. Dann haben die Studenten gewusst, das ist, jetzt geht es um was. Dass er ein Lausbub war, das glaubt man sofort, wenn man einen kurzen Blick auf seine Zeichnungen für die fliegenden Blätter wirft. Die humoristische Wochenschrift war ein Sprungbrett für Hengelers Bekanntheit. Dort folgte er auf berühmte Zeichner wie Wilhelm Busch. Er war von der Persönlichkeit her ein ganz heiterer Mensch. Und diese Heiterkeit, diese tiefe Lustigkeit und dieser feine Sinn für das Menschliche und allzu Menschliche, das kommt in diesen Bildgeschichten zum Ausdruck. Und da muss gar kein Text dabei sein. Diese Bilder, diese gezeichneten Witze und diese Pleiten, Pech und Pannen, das versteht jeder. Und das zeigt seine Persönlichkeit, seine Freude an der Darstellung der Menschen. Das überschreitet nie die Grenze zum Hämischen oder zum Bösartigen, sondern es bleibt immer auf einer sehr sympathischen, auf einer sehr mitfühlenden Ebene. Ganz aktuell waren damals Automaten. In seinen Bildergeschichten griff Hengeler das Thema Vielfach auf. Diese Ausstellung ist die vielfältigste, die es überhaupt je gab. Wir können in der Stadt Kempten aus dem Vollen schöpfen. Es ist interessant für Kemptner, weil natürlich ein Stück der Kemptner Stadtgeschichte drinsteckt. Es ist für Kinder wie für Erwachsene sicher sehenswert, sich auf die Spuren von Adolf Hengeler zu begeben. Adolf Hengeler konnte nicht nur mit der Tuschefeder umgehen, sondern war auch für seine Landschaftsmalereien bekannt. In München war Adolf Hengeler als der Engelmaler berühmt und beliebt. Diese Bilder sind gekauft worden. In vielen Haushalten hing ein Hengelerbild mit dem Motiv von Putten. Tausende muss er gemalt und gezeichnet haben. Sie quirlen durch die Landschaften und sie sind aber auch Hauptmotiv. Und wir gehen davon aus, dass er schon in seiner Jugend in Kempten durch die Eindrücke in der Barockkirche St. Lorenz auf dieses Motiv der Engel aufmerksam geworden ist. Und zeitlebens hat er sich für Engel und ihre ganzen Beschäftigungen und ihre Formen und Bewegungen interessiert. Doch diese Heiterkeit, die bei seinen Witzen, Engeln und Landschaften zum Ausdruck kam, verstummte 1914. Der Erste Weltkrieg brachte eine Wende in seinem Werk. Der Einfluss des Krieges kommt in seinem Spätwerk deutlich zum Ausdruck. Durch das ganze Werk zieht sich aber durch, dass er Menschen mit ganz viel Gefühl gezeichnet hat. Dass er selber eine Person war, der sehr mitfühlen konnte. Und so ist es ihm gelungen, in jede Figur, in jedes Wesen, das er geschaffen hat, auch in die Tiere, sehr viel Ausdruck, sehr viel Empfinden hineinzulegen. Und das ist das, was in allen Seinschaffensbereichen die Betrachter so fasziniert. Während den Vorbereitungen zu der Ausstellung habe man gemerkt, wie produktiv Adolf Hengeler war. So haben sich viele Kempner gemeldet, die einen Hengeler im Familienbesitz haben. Einige dieser Bilder haben den Weg in die Ausstellung gefunden. Für alle hatte Ursula Winkler aber nicht genug Platz. Daher soll jetzt ein Werkverzeichnis von Adolf Hengeler erstellt werden. Die Ausstellung ist noch bis Januar 2014 im Allgäu Museum zu sehen.